Musik Wir haben schon so viel erreicht, es macht wahnsinnig viel Spaß und deswegen bin auch ich dabei. Musik Es gibt in Niedersachsen hier viel Elend und arme Kinder und dafür möchten wir spenden. Musik Mitmachen, wenn es um Kinder geht, sollte Ehrensache sein, nicht nur für sogenannte Prominente, sondern für jedermann. Niedersachsen hilft, denn zusammen sind wir Niedersachsen. Ihr alle, Diakoniehilfe, Caritas und Antenne Niedersachsen.